Willkommen in meinen Ach, da ist der bei dem die eine Händlerin so viel Schulden hat. Ich bin ein Mann, der versucht der Gesellschaft wieder etwas zurückzugeben. Die Zeiten sind hart. Leute sterben auf der Straße. Ich helfe nur, wo ich kann. 2000 Tax Prep? Das soll wohl ein Witz sein. Wenn das noch länger so weitergeht, verhungert meine Familie. Hören Sie, ich bin wirklich ein friedfertiger Mensch, aber Sie können hier nicht einfach antanzen und mir drohen. Ich hab die Schnauze voll von Leuten wie Ihnen und Miss Fox, die mir die Existenzgrundlage nehmen wollen. Dann lassen Sie uns fair und ehrlich kämpfen, ja? Ja, vielleicht soll es nicht sofort anfangen zu kämpfen. Ja, tschüss. Das hat sich wohl erledigt. Mit den... Mit der Kohle. Ich hoffe, ich treffe seine Familie nie. Das hat sich wohl erledigt. Er hat niemals eine Familie gehabt. Das sagen die einfach nur so, um eine Grundlage zu haben für ihre... Aussagen. Geht doch. Ja, kacke. Ja, kacke. Tschüss, um. Officer Clarkson hier. Dies ist beim Abschlussbericht. Flug 221 war von Nanitenrückständen förmlich überzogen. Einer unserer Wissenschaftler konnte den verfluchten Dreck als Naniten des Rogue Process identifizieren. Was auch immer das heißen soll. Als er mir das mal erklären sollte, war nichts mehr aus dem Rauszukriegen. Nur eine überlegte. Ich führe einen Polz. Die Katoinfektion spielt jeden Raum. Pass auf! Es wird dich umbringen! Versuche ruhig zu bleiben. Du bist jetzt in Sicherheit. Wo bin ich? Nicht reden. Du musst dich ausruhen. Wir bringen dich an einen sicheren Ort. Feind in meinem Arsch. Nimm das mit. Wir müssen weg. Was ist denn? Warte! Direkt weg! Sie darf nicht zu Tarn mit sieben. So wurde Greta gerettet. Wie pro Blitzsichel. 110% Angriffsgeschwindigkeit. 31-Nano-Schaden. 31-Nano-Schaden. Hm. Schöner Schwung. 23-Nano-Schaden. Walsh. 20-Nano-Schaden. Ja, damit kann ich erstmal leben. Allein dieses zwischendurch so voll reinhauen in den Gegner. Also dieses Stechen mit der Lanze. Schon ganz cool. Komm, für dich habe ich den Spezial-Move. Hab keine Angst. Wo willst du hin? Ja. Und? Ich höre doch hier noch jemand batscheln. Ach, das bisschen Gift. Auf diesem Pfad kann ich nichts mehr für euch tun. Das Mittel hat euch geholfen, unsere heiligen Städten zu vertiefen. Neue Abkürzung. Es stärkte eure Arme und schärfte euren Geist, als die Ketzer kamen, um unsere Werke zu zerstören. Runter von meiner Müllhalde, Mortimer. Du bist ja nicht erwünscht. Ich habe ja diesen verdammten dreckigen Müllberg mit eigenen Händen aufgebaut. Und jetzt darf ich hier nicht mal mehr pennen? Ach, weißt du was, ist mir doch schnuppe. Ist sowieso das meiste Minenfeld hier. Keinen Schritt kann man machen, ohne über den Blindgänger einer EMP-Granate zu stolpern. Ach, der verfluchte Müll macht einem alles kaputt. Ich komme schon selbst wieder auf die Beine. Warzt nur ab. Da ist Mortimer, dem wir den Tech-Scrap gegeben haben. Mortimer der Zweite. Oder Mortimer von irgendwas der Zweite. Seid ihr Feinde oder seid ihr einfach nur hier? Hm, wenn ihr so spät auf mich reagiert. Sieht aus, wenn sie irgendwie ein geistiges Problem hätten. Oh, das war ein fieses Geräusch. Was willst du mir zeigen? Dass da Terminal Z ist und nicht Z. Ich übernehme jetzt mal die Aussprache von den Truppen aus der Sequenz. Das war ein fieses Geräusch. So viel Schutt. Wie ich das denn schon sehe, dass du alleine gegen drei kämpfen sollst. Geht mir schon die Pumpe. Geht mir schon weiter. Ich bitte sogar gleich. So viel Schutt. Doch sido. Ich bin noch nie clasee. Hm, möchtest du gerne durch dieses Loch da... Oh mein Gott, Hilfe! Ah, danke. Der Informant hat mir ein Twitch-Prime-Abo gegeben. Danke sehr. Ach so. Damit zerstöre ich das Geschütz an der Ecke. Packs. Offline. Da unten ist ne Kiste. Nur mal kurz überlegen, welcher Weg als richtig eingestuft werden kann. Boah, rechtzeitig noch. Oh yeah. Oh hey. Oh yeah. Oh yeah. Ups. Komm her. Habt keine Angst. Ich will ja nur Körperteile abschlagen. Achtung an alle attraktiven Ladies unter Ansagen wie erst 5.20 Uhr. Ich brauch heute Abend wirklich gute Unterhaltung. Kommt vorbei und verdient euch eine freie Übernachtung, eine warme Mahlzeit, so viel Blue Sparkle, wie ihr euch erträumen könnt und einen kräftigen, niedenswerten Kerl, der mit euch durch dick und dünn geht. Kommt zu Terminal Z und tauscht noch heute die Gosse gegen mein Bett ein. Oh, schön, dass ich auch überlebt habe in der Apokalypse. Oder in der Anarchie. Oh, oh. Was will mir das Tool eigentlich sagen mit dem Zeichen? Es gibt kein, keine Richtung für den ultimativen Block. Scheiße. Ich muss aber ein ganzes Stück laufen. So, die Lanze upgraden. Moment, bevor wir versuchen, den Kopf abzugraden. Ja, ist okay. Arm auf MK2. Schitter, ey. Was wird denn jetzt der schnellste Weg sein? So jedenfalls nicht. Upsala. Da wollte ich gar nicht hin. Geh weg. hugging nicht. Heht, wie gut ich habe. Geh weg. Also ich weiß, ich habe irgendwo eine Abkürze mal freigeschaltet zwischendurch, aber ich bin die nicht gelaufen. Deshalb weiß ich nicht welchen Weg ich dafür nehmen müsste. Das ist gerade ein bisschen kacke. Die Abkürzung kannte ich. Die hätte ich auch nicht nehmen können. Ah ne, hier war der Schuldeneintreiber. Genau, da hinten war die, die Information über das Mädel. Da sind wir ja da durch das Schiffswrack gegangen. Okay. 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 Das war's für heute. So, hier waren wir vorher nicht reingegangen. Aber ich muss... Ich will mal einen Scrap haben, ey. Ein 6500 Scrap würde ich jetzt nicht liegen lassen. Da war die Abkürzung. Ich will mal einen Scrap haben. Das war's für heute. Das war's für heute. So, hier hatte ich das Ding aktiviert, beziehungsweise zerstört. Dann bin ich zurückgelaufen. Und dann war ich, glaube ich, an der Seite runtergegangen irgendwie, ne? Nicht da lang, sondern hier lang. Ich meine, hatte ich doch irgendwas an der Seite... Nee, stimmt gar nicht. Hier war ich. Und da hatte ich da rechts was gesehen und bin darunter gehüpft. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, da war's für heute. Gut, da ich immer mehr Zeit bekomme, mein Scrap zu finden. Ähm, umso mehr Gegner ich töte. Hier gibt's kein Raytracing. Und da war grad im Chat stand, HDR und Raytracing. Und zum einen hast du am PC kein HDR. Und das wird der Fernseher machen. Und nicht das Spiel, wie ich das richtig sehe, also wie ich das richtig in Erinnerung habe. Ach, warum sind das denn zwei wieder? So, du hast den Fehler gemacht, du wolltest was aufstellen. Und dein Kollege ist einfach weggegangen, weil der schon weiß, was das hier für ein Killer ist. Ich bin einfach ein Sperrtyp. Sparta! So, da vorne ist mein Zeug. Gott sei Dank. Pah, Scrap! Moment! Ah, doch! Bin ich jetzt an den Docks oder bin ich jetzt... One-Way? Ich bin irritiert. Folgt mir meine Schüler, denn heute haben die Hüter des Funkens eine neue Heimstatt gefunden. Ne, hier ist der Dom des Funken. In dieser Kategorie wollen wir Körper, Geist und Seele dem ewigen Funken widmen. Ich bin, äh, ich musste eigentlich nach Terminal Z... ... ... ...